Das klappt! Ich hör's? Ja! LOL Ist ja geil Aua! Hahaha Hallo! Willkommen zu einer neuen Folge von Troubled Terrace Town aka Tete Bist du ein hässlicher Mensch Und damit begrüße ich Yvonne Hallöchen Und der Ruhrgeber ist auch mit dabei Hallo Der Stevie Der Mr. Big T alias Nerox Und Opa Willi Ja! Der Onkel ist auch wieder da Ach der Onkel? Okay Also reine Incest-Spiele hier mit komischen Menschen Mein Name ist Teddygan, ich gebe die Runde frei Lasst euch töten Oh hell Wir fallen jetzt gerade erst eure Charaktere raus Äh Alter du siehst genau so aus Bis auf der Dete Oh Gott Achja ich bin der Dete LOL Ich bin Dete Oh mein Gott I am Vedete Au I am not Wie kommt man da hoch? Äh was ist das für ein komischer Strahl? Ähm kann das sein dass der Server ein paar Probleme hat? Fuck Warum? Kannst du oben nix platzieren ja? Äh Loll Hi wer ist da? Äh Ich versuch grad hier irgendwie weg zu Warum steigt der Nerox hier die ganze Zeit? Weil Nerox gestorben ist Achso ok Also ich hab hier ne... Ok meine Flames sind auch interessant gerade WTF? Kann sein? Macht Spaß Teddy Ja Oh guck mal Ruhrgamer ist tot Leute ist Nerox auf Ruhrgamer gelandet? Ah ne hier liegt er Jetzt ernsthaft? Ok 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 Zwei Innocent sind weg Ich bin mal weg Just Ok Bin ich hier oben? Äh Ich bin auch noch da würd ich sagen ja? Hallo Hallo ich den Ort Ferdi Was hat der Schammi da angestellt? Nicht geportet Hier hüpft Hier hüpft Hier hüpft Du kleiner Sack Ja nein das gibts nicht Wo ist denn der letzte Da oben Lol Da ist Willi Hey ich lass dich bestimmt nicht in Ruhe du scheiß Freighter Oh Mann hattest du scheiß fucking Glück Fucking 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 Lalalalalalalala Ah scheiße Ich hab mit sowas gerechnet Ah fuck Aber was gemeine war Ich hätte dich erwischt Hätte ich nicht Just In dem Moment Einen totalen Standbild Und nur daneben geschossen Vielleicht dachtest Divi hat auf mich geschossen Der war der einzige der es natürlich nicht war Willi Mann Aber gut gespielt Weißt du wie wir gestorben sind? Ich hab hinten auf das Fass geschossen In dem Moment schießt Nerox mich überm Haufen Und ich seh nur Und ich hab gar nicht gekriegt Hat der auch auf Ich hab doch gar nicht geschossen alter Ich bin runtergeflogen Ich bin runtergeflogen Du standest bei mir unten auf dem Boden Ich bin runtergeflogen fragst Teddy Ja ja Er ist runtergefallen Wenn wer geschossen hat War Willi die ganze Zeit Und ich hab das nicht mitgekriegt Wo er war Der war einfach nur über mir Ich bin schon wieder Dete Lul Ja dann machen wir das gleiche nochmal Oh gibt's Stangen Ich kenn Ey das ist Das ist ne Deathrun Map hier Finde ich die deutlich ambisanter Ja Ja Ist in Ordnung Oh Teddy Was willst du Willi Nix Jedes Mal wenn ich diese scheiß Portal brennen nutzt Wir droppen sich bei mir die Frames runter Oh Oh Hallo Na ihr Traitor Oh meine Augen tränen alter Oh mein Nase juckt Ja das auch Warte 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 Ihr kommt hier schon weg Keine Angst Okay danke Äh warte mal Also ich muss den da hinsetzen ne Genau So Tschüss Autsch Aha Mach mal zurück Ach da ist gar kein Balkon unter Oh Entschuldigung Jaja Setz das Blaue mal ein bisschen niedriger an dann komm ich wieder So Noch ein bisschen Ja Soll ich euch mal auseinander hauen? Oh Oh Oder so Seine Leiche ist dadurch Oh Ich dann wieder Ja mach Äh lol Ah der wurde direkt in das Portal geschickt Ah wie gut Ah wie gut Ja Fuck Ja Wie kann das sein dass ich Der macht nur einen Einschuss Ich stille mich mal Ja Ich war bei Tab Bei Tab Oh ein Kamerverlust Oh läuft Äh Das war mal Glück Mhm Äh 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 Dete Dete rocks Dete rocks Dete rocks Ne Komm drei auf mich zu Da kommt die Stripper Armee Äh lol bei mir ist hier einfach mal Okay Bei mir buckt das hier weg Lol Ja Tatsache bei mir auch Ja ja Die Möp ist grad mega buggy Ah Ja solang es nur jetzt gerade ist Ja meine Frames sind hier auch schön Oh Oh Ich hab hier zwischendurch bin ich einfach mal so unter 60 Frames Äh lol Äh lol Äh Äh Okay Ich glaub Ruhrgeber holt sich grad wieder einen runter Alter aber das ist hier die Sachen sind einfach mal so Äh hier muss irgendwo ne Leiche sein Oh hier ist ein Portal bei mir Äh geh mal rein Wollte ich aber war da nicht so Wuuu Okay wo ist die Leiche Ich hab hier definitiv ne Leiche gehört Ja die geklatscht ist Ja die Frage ist So soll die denn dann bitte sein Ich hab keine Ahnung Wollte ich auch nicht Ich geh mal stark drauf und Ne Ruhrgeber kann's doch nicht sein Der ist ja äh Aber ich steh hier hier kann da nix passieren Der macht ja noch was Ja ich glaub auch Tja funktioniert nicht wa Tja Oh die Scheiße Ja danke Das hat mir aber eben 26 HP weggenommen Du Arsch Wo bist du auch Warte Kommen die da wieder raus wenn ich da rein mache Es wär lustig wenn man sich selbst töte damit Probier mal aus Setz mal da eins hin Stell dich da vor Ich schieß mal da rein Warte Ja mach da einfach noch eins an die Mann Mach doch daneben einfach eins Mach doch daneben einfach eins Ja da Einfach daneben noch eins So Ja Stell dich mal vor das blaue Ne Das klappt Das klappt Ich hör's Ja Lol Ist ja geil Aua Du Arsch Wie geil ist das du Wie geil ist das du Ey Willi stell dich mal bitte davor Nein Ich kann da nicht durchschießen ne Oh lol Okay Wurgamer du bist so ein Arsch Wurgamer du bist so ein Arsch Ich schwemm's auch gerne manchmal Mir mal aufgefallen Aber mir geht das eigentlich voll Ich weiß nicht was du verbringst Oh lol Ich hab ich ja auch nur gesagt Guck mich mal an Guck mich mal an Ja Halbblutverschmiertes Etwas Gesicht Ja halbblutverschmiertes Ich weiß nicht ob der Möp macht Au Ich bin das irgendwie am meisten Spaß Au Au Mortal Mortal Wiii 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 Hey Jimmy hat auf Ich glaub da hat jemand ins Mortal geschossen oder so Kann das sein Ne Doch Ok Nein Jetzt doch bitte du warst der Richtige Ja gut Ist da der Falsche Da Ey Ich kiche nur lang Ich weiß was du Traitor bist man Mann Wart die letzten beiden Lieben Nee Ich hab nur das Portal durch Junge Du schießt mich halt auf 20 Leben runter Was ist eigentlich los in der Runde mit euch Ich kann ja ich wissen dass der hinter dem Portal steht Hab dich nicht gesehen Stivi Du und deine Scheiß Was ist das? Äh Help Mehr zuhörer Boah Bottle gun for the win ja Mh Ja ist so Denn So lächerlich Ist nicht normal Ich merke wie Stivi hinter mir schießt oder so Bist du nicht immer lächerlich? Äh ich meine naja Schieß die ganze Ja und dann musste ich nachladen Das war so kacke Alter ich wollte jetzt nochmal Dete sein Manu Oh jetzt ist Jetzt gibt Yvonne uns alles zurück Was hast du gerade eingeblendet Ups Nein der ich hab hier aber keine Lust zu Wer ist das? Ach Yvonne Bei meinem Spiel Lass es Du Wer war's? Machst du Portale oder kann ich da durchschießen? Teddy mit 38 Punkten sehe ich gerade Es reicht dann hier von der Map Letzter LOL Hast du echt? Du Arme Alter schon wieder voll mega Abstand vor euch Alter was ist los? Könnt ihr das Spiel nicht oder was? Du Hacks 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 Lass es Ja genau Daran wirds liegen Hast du 1 Golden Diegel für mich? Nein 1 Golden Diegel Au Wolltest du mal Ich wollte es unbedingt fangen Wow Da fand der Traitor sich ganz cool Was hat er denn macht? Irgendein Fall ausgelöst hat aber nichts gebracht weil er schlecht ist Ganz schlechte Traitor die wir hier haben Weg mit den Fetzern Yvonne Unfassbar oder? Oh ernsthaft Läuft Jetzt Hallo? Ist Yvonne schon wieder tot oder was? Deine Ahnung Ja scheint so Hört mich einer? Ja Hast du was gesagt? Halt Willi Hab ich mich jetzt erschrocken Was machst du hier? Weiß nicht Ich versteck ein paar andere Jaja Du bist mir ein bisschen krank du alter Opa Echt? Ja Guck mal ich hab hier eine paar Granate für dich Willst du die haben? Oh Nein nein Loll ihr seid da Aua Na mein Spiel hat sich eingefroren Auf einmal sind hier viele Sachen ich tu aus Ja er ist sehr krank er ist near death Aua Einfach mal ein bisschen einfach mal reinschubsen Aua Ich bin's nicht ich bin's nicht Er ist über die gestorben Maaan Latosch Da aber Puh Dönerer Jaa Maaan Doch die Falle hat was gebracht Ich hab nämlich ihr Wanda mit Zillusgeher Ach verdammt Ja ok Ja das war ne neue Folge von Trouble in Terrace Town Vielen Dank fürs Zusehen wenn es euch gefallen hat Daumen Abo und so weiter Schaut bei den anderen vorbei Machts gut bis dann Ciao Ciao